Liebe Zuschauer, was es mit dieser 5 Mark Germania Silbermünze auf sich hat, in einer Auflage von 25.000 Stücken weltweit, die weit über 40.000 Mal hätte verkauft werden können bei dieser Anfrage, das werde ich Ihnen alles in diesem Video erklären. Liebe Zuschauer, wir sehen hier auch eine blaue Variante und eine rote Variante davon, es gibt sogar noch eine dritte, die kann ich aber nur ganz kurz zeigen, weil sie sehr schnell ausverkauft war und weil sie mittlerweile schon Wertsteigerungen von fast 30, 35% erzielt. Und zwar war das die Six Metals Variante, die es auch im Jahr 2021 wieder geben wird. All diese Münzen hier in der Kolorierung gibt es nur 100 Mal weltweit und jetzt gehen wir aber heute auf die Silbervariante ein, liebe Zuschauer. Die normale silberne Germania, die den Doppelkopf Adler auf dem Arm trägt, die etwas knapper begleitet ist und vielleicht auch deswegen eine der beliebteren Anlagemünzen ist, die möchten wir hier nochmal etwas genauer vorstellen. Sie sehen auch auf der Rückseite unter dem 5 Mark Schriftzug die doppelköpfigen Adler und hier unten den Schriftzug Germania, der so viel bedeutet wie der lateinische Begriff für Deutschland. Liebe Zuschauer, die Münze hat auf der Vorderseite eine gewölbte Kapsel, die ist etwas Besonderes, das haben wir im letzten Video, als wir über die kolorierten Münzen gesprochen haben, nicht genauer erklärt. Und zwar diese gewölbte Kapsel ist eine Art Vergrößerungslinse, die die Details und die Münze noch filigraner wirken lässt. Das habe ich so bei keiner anderen Silbermünze bisher entdeckt und ich finde, das war eine tolle Innovation und die Münze ist auch schwer aus der Kapsel rauszubekommen, was den riesen Vorteil hat, dass sie damit auch luftgeschützt ist. Es gibt ja die wunderschönen Quadrum-Leuchtkapseln, die die Firma Leuchtturm anbietet und die sind für Sammelalben wunderschön geeignet, aber mir gefällt sie in dieser gewölbten Kapsel noch besser. Wenn Sie 20 Stück davon bestellen, bekommen Sie die in einer Münzrolle, in einer verschweißten Münzrolle und ja, ich weiß, wir haben leider nicht mehr viele von diesen Stücken. Wir möchten aber heute gerne über diese Münze sprechen, weil Ende August noch eine besondere Überraschung auf Sie wartet und zwar eine teilvergoldete Variante dieser Münze. Und die ist in dem Fall beidseitig teilvergoldet, inklusive Rand, liebe Zuschauer. Die wird es ebenfalls noch 100 Mal geben und wir haben jetzt schon über 80 Vorreservierungen, deswegen müssen Sie hier sehr, sehr schnell sein. Trotzdessen wollte ich Ihnen einfach nochmal den wunderschönen Anblick zeigen. Die Münze, die Germania-Münze wird auf Ebay in den USA teilweise schon über 100 Dollar gehandelt aus dem Vorjahr. Und jetzt haben Sie noch den aktuellen Jahrgang zum offiziellen Ausgabepreis, den Sie hier ergattern können. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie damit glücklich machen können. Und in Zukunft zeigen wir natürlich auch immer wieder mal häufiger Anlagemünzen. Der Wunsch kam auf, aber diese wunderschöne Sammlermünze, die konnte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und wir haben sogar Anleger, die gesagt haben, für mich ist es sogar eine Anlagemünze bei dem günstigen Ausgabepreis und der tollen Wertsteigerung, ist es doch für einen Anleger genauso interessant. Das ist natürlich immer eine Geschmackssache. Ich sage, eine typische Anlegermünze muss nah am Goldpreis oder am Silberpreis gehandelt werden. Das ist hier nicht ganz der Fall. Trotzdessen sind die Münzen alle ausverkauft. Wir bekommen keine mehr nach. Das Prinzip gilt, wer als erstes kauft, gewinnt und den letzten fressen die. Punkt, Punkt, Punkt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen geben. Musst uns gerne einen Daumen hoch, abonnieren Sie den YouTube-Kanal und schalten Sie wieder ein. Und sichern Sie sich vielleicht Ihren kleinen Vorrat an diesen wunderschönen Münzen oder an der Space Blue und der Space Red Variante, die eben noch erhältlich sind. Ich zeige sie Ihnen hier gerade nochmal im entsprechenden Etui. Und das Schöne daran ist, wir haben diese Münzen noch im Online-Shop erhältlich. Klicken Sie einfach unter dem Video auf den Produktlink. Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, wer die Silberanlagemünze kauft, bekommt auch so ein schönes Echtheitszertifikat mit dazu. All das bekommt man bei einem Krügerand oder einem Maple Leaf in der Variante nicht und die Prägequalität erst recht nicht. Bis bald. Tschüss.